Hallo liebe Leute, heute werde ich Ihnen zeigen, wie man sein eigenes Computerspiel mit Warcraft 3 World Editor machen kann. Dieses Programm kann Ihre fantastische Welle zur Realität bringen. Das Programm hat Toolplatte-Sektionen und Toolplatte-Sektionen hat 5 Tabs und die sind Terrainplatte, Doodatplatte, Unitplatte, Regionplatte und Kameraplatte. Mit Terrainplatte können Sie die Umwelt entwerfen, also die Wiese, Wälder, Berge, Flüsse und so weiter. Mit Doodatplatte können Sie Ihre Karte ausschaffieren, die Bäume, Barriere, Springbrunnen, Türe, noch mit dem Vulkan auch. Mit Unitplatte können Sie die Soldaten oder Heroin mit ihrer Welle integrieren, natürlich mit den Monsters auch. Regionplatte beschäftigt uns die abnormalen Konditionen, wie zum Beispiel Wiedergeborensäen. Kameraplatte macht es möglich, in dem Spiel die unterschiedliche Winkelfarben. Es gibt einen Tab, in dem Sie die specifische Einstellungen machen kann, wie zum Beispiel, wieviel Minuten wird es morgen oder nachts. Da gibt es ein Soundeditor auch. Es ist nützlich für Maske-Schnärderte laut, so hinzufügen. Diese Sektionen sind sehr nützlich, wenn Sie sie miteinander kombinieren. Sie können mit der Kombination von Trigger-Aditor und Regionpalatte ein neues Schegel, wie zum Beispiel Heroin können fliegen. Normalerweise ist es unmöglich hinzufügen. Ok, alle sind sehr gut. Aber was brauche ich, um mein eigenes Spiel zu machen? Erst brauchen Sie das Spiel selbst, also Warcraft 3. Danach kommt die Kreativität an der zweiten Stelle. Dieses Programm ist ein vielseitiges Programm, in dem man nicht nur sein eigenes Spiel, sondern Clips für die Lieder oder Kussfilme machen kann. Mit diesem Programm hat ein Mann erst Dota 1, danach Dota 2 erstellt. Dota 1 wurde als eine Karte von Warcraft 3 gespielt. Aber Dota 2 ist ein anderes Spiel gewesen. Beide Spiele sind inhaltlich gleich. Der Unterschied zwischen diesen Spielen ist nur die Wirkungen. Wollen Sie erst mal meine Demo anzuschauen? . Paul中国 U.S. U.S. U.S.: Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.